ARD Text im Auftrag von Funk Von dort wohne ich selbstverständlich. Da bin ich tagtäglich unterwegs. Viel zu wuss, weil ich stehe ja alles in Fussweite. Von dem wäre ich jetzt ganz klar von dort. Ich glaube, das, was ich tagtäglich habe, habe ich einen Hosenanzug. Ich bin überhaupt nicht der Kleidertyp. Das ist schwierig. Ich glaube, ich bin es. Gerne mal ins Theater, einen schönen Abend. Im Theater ist es immer schöner. Ich habe keinen Fernseher daheim. Ich habe zwar einen in meinem Büro, aber es ist mehr, zu wissen, was auf der Welt passiert. Von dem her, daheim ganz klare Buch. Ich habe schon das Telefon. Ich bin schon wieder der Typ, der gerne mit den Leuten spricht. Auch darüber, über verschiedene Themen spricht oder Fragen, gleich persönlich gestellt. Weniger WhatsApp. Also 20 Jahre von meinem Leben war das Schwimmen ohne Präsent. Ich war nur im Wasser. Kopf unter Wasser. Aber leider habe ich nicht mehr wirklich geschwommen seither. Fastfood, das musste halt schnell gehen, vor allem während der Covid. Aber ich bin schon nicht unbedingt der Fastfood-Mensch. Ich liebe alles essen. Von dem her würde ich sagen, egal was. Am liebsten aber gesund. Land. Ich bin ein Landmensch. Ich bin ein Landei. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Tradition. Ich bin sehr sachorientiert, sehr traditionell, sehr bodenständig. Ich habe gerne Traditionen. Ich habe mein Leben lang viel gereist. In den letzten vier Jahren in meiner alten Funktion war ich nur unterwegs. Also ich bin gerne zu Hause. Ich bin sehr vertraut. Ich habe ein fantastisches Team. Sie machen einen super Job. Tag täglich. Wir haben den ganzen Sommer durchgearbeitet. Selten jemand die Ferien gemacht. Wir hatten einfach viel auf dem Tisch. Von dem her ganz klar Vertrauen. So, dass das mein Leben langsend überfacht. Ich hab hier schon auf dem Tisch.